Dreiste Diebe stehlen zwei E-Bikes für insgesamt 7000 Euro. Um sie dann zurückzubringen? Das hätte ich so nicht für möglich gehalten, weil die Situation, die wir jetzt haben, dass ein Rad, was geklaut wurde, dann von dem Dieb selber zurückgebracht wurde, ist mir nicht bekannt, dass sowas schon mal passiert ist. Das Motiv ist unklar, aber die Masche lautet, ein Diebespärchen leiht teure E-Bikes zur Probefahrt aus und bringt sie nicht wieder zurück. Den Personalausweis, den sie Verkäufer Sebastian als Pfand dalassen, ist geklaut. Das ist natürlich schon wie ein Tritt ins Gesicht, dass man sagt, okay gut, ich lüge den jetzt an, ich nehme den einen Rad weg, nehme in Kauf, dass die Person vielleicht sogar Ärger bekommt von seinem Chef. In dem Fall Gott sei Dank nicht, aber der Dieb kann ja davon ausgehen, dass dann irgendwelche Folgen hat, das Ganze. In diesem Fall ist die Folge, dass die Diebe dank der Überwachungsaufnahmen erwischt werden. Nur die Fahrräder vergisst die Polizei im Keller des kriminellen Pärchens. Die Staatsanwaltschaft erklärt. Da insbesondere hochwertige Fahrräder und E-Bikes zeitnah veräußert werden, haben wir nicht mehr erwartet, im Zuge einer Wohnungsdurchsuchung die Tatbeute dort aufzufinden. Und so haben die Täter Gelegenheit, Reue zu zeigen und bringen das Rad selbstständig zurück. Am Anfang war ich schon sehr skeptisch, ob ich das überhaupt als Treffen haben möchte, weil das ja auch ein Ding ist mit einem Diebstahl, das einem nicht sehr angenehm ist. Aber ihm war es wichtig, sich wirklich persönlich zu entschuldigen. Das erkenne ich an und denke, dadurch hat das Ganze einen vielleicht sinnvollen Abschluss gefunden. Das Fahrrad ist fast nagelneu und wird mit einem Rabatt nun doch noch verkauft.